So, ganz kurze Information, hört bitte ganz genau hin, was ich euch jetzt erzähle. Also, es bleibt bei diesem Projekt alles wie es war, es bleibt alles gleich, bis auf einen einzigen Unterschied. Und zwar wird sich der Name des Projekts ändern, nicht der Name des Accounts, der Name des Projekts. Und zwar wird aus Road to Rathaus 15 wird Road to, ich würde mal sagen, wir machen Road to Mega Update. Das passt ganz gut, denn es wird ja wahrscheinlich, wenn Rathaus 15 dann irgendwann mal kommen sollte, wird es ja wahrscheinlich ein Mega Update sein. Warum mache ich das? Ganz einfach, ich möchte nicht, dass es da auch nur irgendeine ganz kleine Verwirrung gibt, dass Rathaus 15 schon draußen ist oder dass es jetzt kurz bevorsteht oder sowas. Ich möchte da absolut keine Verwirrung stiften und deswegen werde ich den Namen des Projekts ändern, von Road to Rathaus 15 zu Road to, was habe ich gesagt, Mega Update, oh Mann. Also ansonsten ändert sich wirklich gar nichts, die Episode kommt um 17 Uhr, es sind so viele coole Sachen geplant. Ähm, ja, das werde ich nämlich jetzt aufnehmen. Es sind so viele Sachen geplant, wirklich richtig, 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 richtig coole Sachen, die wir da machen werden. Also, ja, guckt auf jeden Fall rein. Ich danke euch schon mal dafür, dass ihr euch jetzt hier die Zeit genommen habt, das Video anzuschauen. Ich brauche natürlich dann euch auch wieder, um die Abstimmungen zu machen. Wir haben wieder eine neue Abstimmung, nämlich um 17 Uhr, was ich nämlich machen soll. Also, bleibt dabei und dann viel Spaß später mit der Episode.